Am 14. Dezember dürfen die Besucherinnen und Besucher des Landestheaters Tübingen selbst bestimmen, wie teuer die Theaterkarten sein sollen. Bei der Aktion »Zahlt doch, was ihr wollt« werden die Zuschauer erst nach dem Stück zur Kasse gebeten und dürfen dann selbst entscheiden, was ihnen die Vorführung wert war. Gezeigt werden am Samstag die Vorstellungen »Transit im Großen Saal« und warten auf Godot in der Werkstatt. Das Angebot gilt für alle Plätze und ist auf vier Tickets pro Bestellung limitiert. Einen Sitzplatz sichern können sie sich an der Theaterkasse, den Vorverkauf stellen oder im Internet.